Wer dieses Lied noch nicht erkennt, den seine Gude bald durch Bomben brennt, mit Lug und Trug wird im fremden Land schon für den nächsten Krieg geschürt. Bis das Hilfeersuchen kommt mithelft uns doch, wir wissen nicht mehr, wohin das uns noch führt. Bis die Gläubigen im Bürgerkrieg greifen zu den Waffen und nicht mehr nach der anderen Hand. Bis Tornados kommen, die schwere Kriegstechnik zerstört dann das halbe Land. Den Nutzen vom Blutvergießen, von Schutt und Asche, vom verbrannten Land sind die, die Waffen liefern und aufräumt es schlicht das, was kommt von unserm Vaterland. Uden Morgen, 2016, neues Jahr, geht es denn nicht einmal ohne Dynamit und Nukleart. Egal, auf welches Volk ihr Bomben werft, bis der letzte Tropfen Öl dort raus, ihr löscht durch euer Merkel eure eigenen Lichter aus. Uden Morgen, 2016, neues Jahr, mit diesen Kriegsmethoden kommt die ganze Menschheit in Gefahr. Egal, für wem und gegen wem ihr Bomben werft, egal, auf welches Glaubenshaus, der Schlag, der kommt zurück auf euer eigen Heim und löscht die ganze Sippe aus. Nach der Rigs Tod waren die Kriegsnazis schutzlos ganz allein mit den Beweisen Noten für der Rigg von den Kunsträubern auch nun eine schützende Brücke mit Tant jemen Gelden ein. Volk, lasst die Stasi-Führer nicht blitzschnell den Krieg führen in einen anderen Land, damit sie ihr Urteil aufschieben können, wie das ja nun in deutscher Geschichte bekannt. Volk, lasst nie wieder den 60. Stasi-Jahrestag feiern von Stasis, Laftillisch und Pfandelein, wie das in Polers Patentverkörper ist im Augenscheid. Eure Kinder, eure Nachkommen werden das euch nie, nie mehr verzeihen. Volk baut Perpetuummobile für eigenen Strom und kostenlos fahren, grenzenlos Hand in Hand. Für das Ende der Stasi-Verbrechen in diesen NSU-Geheimdienst Kinderschönderland. Mit Mother among die von Stasi-Verbrechen Untertitelung des ZDF für funk, 2017